hallo herzlich willkommen zu meinem tutorial wie streame ich richtig mit der open broadcaster software wie haben eure viewer ein schönes erlebnis ohne legs mit viel freude und diese grundlagen die möchte ich euch jetzt gerne hier zeigen an meinem kleinen tutorial zuerst müssen natürlich die software erst mal runterladen dazu geht den browser auf die seite von obs und ladet ihr euch eure aktuelle version runter habt ihr das gemacht gehen wir wieder zurück in das hauptfenster der software und zuallererst gehen wir natürlich in die einstellungen hier wählt ihr eure sprache aus ein profil kann die noch gewählt werden wenn ihr das gemacht habt gehen wir in die broadcast einstellungen hierzu ist es mal wichtig was möchtet ihr machen wir können live stream starten oder auch nur eine dateiausgabe in diesem fall machen wir einen live stream auf twitch wählen dazu einen passenden server hier müsst ihr einen server wählen der euch am nahesten ist bei mir ist es der eu amsterdam server hier müsst ihr dann euren steam key eingeben den findet ihr zum beispiel bei twitch in den einstellungen den müsst ihr hier eingeben ist ein ganz langer key damit das programm sich auch auf die seite einwählen kann und ihr dann streamen könnt habt ihr das soweit gemacht gibt es hier noch so ein paar kleine einstellungen die eigentlich selbst erklären sind zum beispiel wenn ihr disconnect habt dass er ein auto reconnect macht et cetera wo er dateien hin speichern sollen wenn ihr nur dateiausgabe wählt und das wichtigste hier unten deswegen bin ich damit auch angefangen ist warnung ihr anschauen sie sich optimiert für die benutzung mit twitch bitte ändern sie folgende einstellungen das müsst ihr als allererstes machen wenn ihr diese punkte die hier stehen alle erledigt habt habt ihr schon mal die grundlagen erfüllt machen wir das zuerst mal wir gehen in die codierung aktivieren sie cbr gehen die codierung sie werden cbr gehen wieder in die broadcast einstellungen erweitert setzen sie einen frame intervall von zwei sekunden wir gehen auf erweitert keyframe intervall zwei sekunden übernehmen ok gehen wir denn die einstellungen wenn ihr das alles gemacht habt dass hier unten nichts mehr steht seid ihr schon mal auf einer sicheren seite und habt die optimalen einstellungen für den streaming auf twitch jetzt ist aber noch ganz wichtig zu wissen wie stark ist euer upload dafür gehen wir erstmal in die codierung rein und sehen hier ich habe jetzt bei mir eingestellt eine upload rate von 800 kb um zu testen oder um zu wissen wie viel upload ihr habt müsst ihr auf diversen internet plattformen wie zum beispiel test my.net oder dsl speedtest es gibt auch diverse andere ein upload test machen ich denke mal also die meisten haben ungefähr ein upload von einem b pro sekunde sprich 1000 kb das ist entspricht ungefähr einer 16.000er leitung das heißt man könnte hier theoretisch sagen okay ich möchte dem programm 1000 kb zur verfügung stellen was dann auch als bild als ton für den viewer rüberkommt das problem ist nur ihr könnt nicht kontinuierlich 1000 kb senden da euer internet auch schwankungen unterliegt das heißt ich würde dann vielleicht wenn euer speedtest anzeigt ihr 1000 kb upload würde ich vielleicht auf 800 setzen somit läuft nicht auf die gefahr dass der stream anfängt zu legen falls sie mal kleine einbrüche habt ihr könnt nicht oder das internet wird nicht kontinuierlich eine konstante upload rate haben deswegen müsst ihr hier ein bisschen probieren wir setzen das jetzt erstmal auf 800 wie das optimal einstellen könnt sehen wir dann gleich indem wir einfach mal probieren puffer größe heißt wenn ihr 800 eingestellt habt und euer upload sinkt mal auf 600 runter ist der puffer dafür da um diese schwankung aufzufangen und damit das bild da nicht bzw der stream nicht legt in dem fall lassen wir uns auch mal bei 800 kommen wir zur audio codierung relativ selbsterklärend hier die einstellungen lassen wir so stehen mit rate ist nur wichtig 96 sprich je höher die zahl ist desto höher kommt die die audio qualität rüber ich habe es auf 96 gelassen ist für mich ausreichend ihr könnt auch selber herausfinden indem wir zum beispiel einmal mit 96 eine datei aufnahme macht oder vielleicht einfach mal mit 192 eine datei aufnahme macht dann könnt ihr das heraus hören wie sich der ton verbessert habt und eure eigenen einstellungen hierfür wählen denkt immer daran je höher die qualität desto mehr leistung zieht auch das programm und du müsstest da mit euren spielen ein bisschen abstimmen habt ihr das alles so eingestellt gibt es hier noch diverse andere einstellungen video hier ist auch alles relativ selbsterklärende grafik der welt ja aus herunter skalieren müsst ihr nicht unbedingt was das heißt sage ich euch jetzt wenn ihr zum beispiel ein upload habt von 5 mb die sekunde wird das natürlich auch an twitch übertragen und euer stream hat eine hervorragende qualität jetzt stellt euch vor jemand sitzt vom pc möchte euren stream schauen hat eine miserable internet leistung und kann diese 5 mb nicht downloaden sondern hat vielleicht nur ein mb download und er wird das fliege automatisch bei ihm anfangen zu legen ohne dass du dafür was kannst es liegt einfach nur an der internet leitung deswegen kann man das bild hier runter skalieren leidet wissen die qualität runter aber so kann jeder oder fast jeder der eine einigermaßen stabile internet leitung hat und stream leckfrei sehen sollten sollte das die einstellung auf eurem stream geben dass ihr die qualität manuell einstellen könnt low medium high source das ist zum beispiel bei twitch lasst das raus das braucht ihr nicht dann kann jeder selber entscheiden welche qualität er sehen möchte und für ihn das so leckfrei einstellen fps lassen wir auf 30 das wird auch soweit übertragen audio auch alles selbsterklärend ich nehme momentan auf mit meinem snowboard mikrofon hier gibt es noch eine kleinere einstellungen wie zum beispiel ihr könnt das mikrofon etwas verstärken damit es etwas lauter ist auf dem stream wie gesagt hier alles selbsterklärend auf erweitert geht es jetzt ja um die erweiterten einstellungen um die feind einstellungen dieses hier soll die grundlagen zeigen bis der open broadcaster software deswegen gehe ich hier weiter nicht drauf ein habt ihr hier alles eingestellt stehen hier unten keine warnungen würde ich das hier erstmal alles bestehen lassen hier kann man noch zu unter anderem zum beispiel sagen wie soll die cpu belastet werden von dem programm soll ist die priorität hoch ist die priorität eher niedrig etc dazu findet ihr dazu alles weitere auf der homepage von open broadcaster lasst das erstmal so stehen es wird auch so funktionieren mikrofon rausch wäre versteht sich auch von selbst wenn eure mikrofone hohe hohes grundrauschen habt könnt ihr das hiermit vermeiden ok hatte diese einstellungen alle getroffen probieren wir jetzt erstmal die audio qualität aus dem wie zum beispiel die bitrate einstellen und dann eine datei ausgabe wählt und dann könnt ihr euch erstmal selber aufnehmen selber sprechen und dann passt sie das an habt ihr das gemacht kommen wir jetzt zum wichtigsten teil ist euer upload sind eure einstellungen die sie hier getroffen hat mit dem upload optimal hier kann man theoretisch auch die qualität einstellen aber da wir diese kontakt konstante bitrate gewählt haben was auch gewünscht ist oder auch besser ist für twitch stellt sich die qualität automatisch ein und die qualität ist je nachdem gut schlecht wie viel upload ihr hier eingestellt habt das heißt die mehr ablauf der hat das natürlich auch eure qualität ok gehen wir zurück in das programm ihr seht ihr schon ich habe meine facecam schon mal hinzugefügt wie ihr das macht zeige ich euch jetzt ihr seht hier unten 10 ihr drückt rechtsklick szene hinzufügen das nennt ihr zum beispiel twitch da habt ihr eine neue szene wenn ihr zum beispiel auf twitch ein stream machen möchte auf quellen geben wir hinzufügen und welt eine game aufnahme hier oben könnt ihr dann auswählen die anwendung zum beispiel euer spiel was gerade läuft bei mir zum beispiel hastern klickt auf ok und schon seht ihr wird dieses bild dann übertragen wenn ihr den stream laufen lässt ok sieht der ganze noch etwas kahl aus vielleicht wollen wir noch eine webcam hinzufügen machen wir das auch hinzufügen video geräte bei mir ist es momentan meine 1,3 hd webcam ich kann man auch diverse einstellungen machen wie zum beispiel die auflösung fps etc ich lasse das mal so stehen drücke auf ok und ihr seht hier ist meine webcam das bild ist etwas groß wir gehen auf szene bearbeiten findet sich dann ein roter rahmen damit können wir das zum beispiel schon mal etwas schieben oder natürlich auch etwas kleiner machen und ich setze das zum beispiel hier unten in die ecke so dass es im bild nicht stört ok was können wir noch machen hinzufügen ein text nennen wir einfach mal text und schreiben das hier unten den text hinein hier können wir noch eine bliebige schriftart wählen ob das fett ist kursiv ist wie ihr natürlich möchtet und hier oben befindet sich jetzt der text und den könnt ihr natürlich auch wieder dahin ziehen wo ihr möchtet und natürlich auch so groß und klein wie ihr wollt gehen wir mal zu meinem overlay womit momentan ich streame in hartstown das sieht genau so aus wie ihr zum beispiel dieses bild hier oben hinbekommt auch ganz einfach ihr geht auf bild hinzufügen wählt euren fahrt klickt einfach auf ok und schon seht ihr das bild könnt es natürlich auch wieder hin und her schieben dann habe ich hier ein schönes overlay gewählt eine hartstown karte mit einem mit einem transparenten guckloch will ich das mal nennen das ist auch genau gleich wie mit dem bild zu behandeln ganz normal eingefügt und dahinter habe ich halt meine cam gelegt so dass es aussieht als wenn ich hier in dieser karte bin hier oben haben wir wieder einen text hier unten noch einen text und hier oben eine kleine besonderheit läuft der momentane song titel den ich auf spotify am laufen habe wie ihr das macht auch ganz einfach ihr braucht dafür natürlich erstmal spotify und snip so heißt das muss ich mal eben suchen weil ich hier unten da ihr macht dann wieder einen neuen text öffnet snip das programm wählt hier die textdatei aus lasst dann spotify laufen und der text der dann angezeigt wird ist genau der des song titels wie wir das schöne schön hier so ein bisschen zum rollen kriegen nenne ich das mal dass es hier durchfährt ist auch ganz leicht erklärt mit der laufgeschwindigkeit das kann man hier relativ gut anpassen ein bisschen schneller wie ihr möchtet und natürlich dann diverse andere einstellungen die sich alle von selber erklären ok kommen wir jetzt nochmal zu dem wichtigen punkt mit dem upload das ist eine stream vorschau so wie sie gerade läuft die habe ich gestartet über diesen punkt hier unten das heißt ihr könnt eure einstellung wählen könnt stream vorschau starten und so würde das bild dann an twitch übertragen werden ja so könnt ihr erstmal probieren könnt alles einstellen hin und her ziehen zurecht ziehen dann könnt ihr euch mal selber ein bisschen aufnehmen ihr könnt ein bisschen sprechen also dann nur auf eine dateiausgabe dateiausgabe wählen ein bisschen sprechen guckt euch euer eigenes video an seid ihr mit dem ton zufrieden läuft es mit dem bild gut das empfehle ich euch erstmal für den anfang hier könnt ihr zum beispiel auch einstellen wie laut das mikrofon sein soll der ingame sound wählt erstmal eure feineinstellungen und dann streamt damit ihr gleich die optimale qualität habt kommen wir jetzt noch zu den nochmal wichtigsten teil der upload das ist wirklich die schlüsselfunktion für ein optimaler stream hier unten seht ihr gerade ich habe ja in den einstellungen gewählt ich möchte gerne mit 800 kb uploaden hier unten seht ihr wie gerade euer upload ist auch wenn ihr nur auf die vorschau geht man sieht mein upload ist konstant liegt aber auch daran dass ich 5k upload habe kommt er locker mit 1k zurecht das heißt ich habe keine probleme hier ist ein grünes kästchen das spricht dafür dass alles in ordnung ist wenn es gelb oder rot wird gibt es probleme die übertragungszahl 30 fps und das hier unten verworfene frames da müsste immer mal ein auge ab und zu drauf haben denn wenn euer upload einbricht aus welchen gründen auch immer werden hier frames nicht mehr übertragen sprich euer stream fängt an zu legen das müsst ihr unter allen umständen vermeiden es kann zum einen den grund haben dass euer ablauf wie gesagt eingebrochen ist bei internet leitung schwankt geradezu sehr dann müsst ihr in den einstellungen unter der codierung zeige ich euch noch mal ganz schnell hier vielleicht nicht 800 sondern 600 wählen und probiert es dann noch mal es kann aber auch im grund haben dass euer cpu ausgelastet ist dass sie zum beispiel ein hochauflösendes spiel am laufen habt und nebenbei noch zwei drei andere programme und dann wollte das auch noch übertragen dann kann das programm nicht mehr die frames verarbeiten und der stream fängt dadurch an zu lenken prüft also erst woran kann es liegen liegt an meinen cpu an meiner leistung oder kann es an dem upload liegen cpu ganz normal stellt die grafiken runter et cetera lasse die cpu bisschen dann sollte das laufen wie ich den den upload optimal einstelle habe ich euch ja auch gezeigt hier einfach dann ein bisschen probieren hatte ich am anfang gesagt ihr wollt natürlich die qualität so gut wie möglich haben aber denkt immer daran wenn euer stream anfängt zu legen macht es für den viewer überhaupt keinen spaß mehr da könnt ihr lieber auf 100 kb verzichten und habt so viel und es ist viel angenehmer für den viewer anzuschauen ok wenn ihr das alles eingestellt habt dürfte dann auf streaming starten und das bild wird an twitch übertragen und ihr seid live ich hoffe ich konnte euch einen guten einblick zeigen wie ihr die grundeinstellungen von der software zu wählen habt wenn ihr fragen dazu habt gerne doch schreibt es in die kommentare lasst den daumen da und ich wünsche euch noch viel spaß auf meinem kanal wir sehen uns beim nächsten mal leute macht's gut